ARD Text im Auftrag von Funk Ich kann jetzt mal richten, was da oben ist. Glück muss ich fahren. Und rumpst an der Maus, ja. Ich hab da eine Bokka-Bomber stehe. Zweimal. Opel Zoo und dann Sushi. Wer? Ja, mir. Ihr. Opel Zoo. Ich mach immer mal so raus und dann meistens gehen sie immer so Sushi essen. Muschi, Muschi. Muschi, Muschi. Muschi, Muschi, Muschi. Hallo Leute! Was? Ja, Moment. Wallcleaner. Aus dem Pizzer kriegst du eh nix. Ich kriege nix mehr drin. Hast du eigentlich schon Böbeln gemacht? Ja. Dann machst du den mal fertig. Kannst du uns immer fahren dann? Ja. Ja. Dann wär's mit mir machen können. Dann wär's mit mir machen können. Dann wär's mit mir weg anfangen. Und die hat extra Ferienflash eingemacht. Ja. Ja. Hasta la vista. Jawohl Günther. Ja. 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 Oster, die Kamera hier vorne gestanden hat, das ist ja eigentlich... Du kannst die eigentlich auch nehmen? Wie lang? Fast 5 Stunden. Je nachdem, wie die Speicherte da ist. Wir brauchen ja immer WLAN für die Haare. Kommt die da runter. Kommt die da runter. Kommt die da runter. Kommt die volle. Kommt wieder mal ein kurzer Nein. Kommt. Gut. Zaubern. Zaubern noch. Hex-Hex. Lieber zwei sichere Wurz. Bravo! 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 Jawohl. Das haben wir für die Ewigkeit. Nicht schlecht. Jawohl. Ja, so musst du sie holen, wenn du noch mal in die Vorlage hinkommst. Versuch's ja doch. Ja. So ist das Quatsch. Das hat auch die Kluge. Ich könnte mir den Kluge holen. Und die Eure Hinder. Das ist ja das Projekt. Auf Problem. Ja, gut. Jawohl. Jawohl. Ja, dritte Bahn läuft besser, Vater. Muss ja besser werden. Ach, Panthaler ich habe dann abgegeben. Genau. Ich würde mich jetzt fragen. Geht denn mal? Gibt es Dünner? Ja, Dünner. Gibt es Dünner? Na, Ablauf. Ja. Es wird nicht zum Einstehen. Vielen Dank.